let's go outside wir haben es geschafft wir haben es geschafft kommkennig komm kleine kennig und kleine kennig wir reiten zusammen in den sonnenuntergang und kleine kennig und kleine kennig gemeinsam kommen wir irgendwo an und kleine kennig raus in die freiheit um kleine kennig wir fliehen kommen kleine kennig sagt mir mal einer ausgang jetzt irgendwie das ist da oben oder wieder hast du da entschuldigung kleine kennig so war das nicht gemeint liegen überall noch die überreste unserer feinde aber mit allem voll hier scheinen wir nicht irgendwo lang zu kommen das kann man nicht als leider benutzen um da oben rauszukommen na gut dann ist das hier wohl nicht unser ziel dann gehen wir hier wieder raus hier ist der weg versperrt der weg ist versperrt er wurde angelegt von jenen die rumrandalierten und die überreste halten ihn der weg ist versperrt nun muss ich wild um mich schießen ok irgendwie kommen wir hier so nicht weiter hmmm ist sie still geworden begegling donkey completely destroyed ich denke auch nicht dass wir irgendwie über den dachboden hier in irgendeiner form weiter kommen man weiß es nicht man weiß es nicht man weiß es nicht ja ich weiß gar nicht ich weiß hm pfeil und bogen na gut haben wir das wenigstens noch mitgenommen nachdem wir das offensichtlich übersehen hatten dann sind wir wieder hier ready to leave sir douchebag ach so ach so einfach gut dann zurück zu koop keep koop keep and the stick of truth the stick of truth is back where it belongs great job men douchebag for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey i hereby make you an official member of the kingdom of koopa keep welcome to the kkk yeah it's getting late the grand wizard needs to go night night ok mom thanks for pointing out bedtime for everyone it's a school night hon you and your little druid friends need to we're not druids mom we're fucking warriors and wizards oh that's it you're going to bed the rest of you better get home too der erste Tag in South Park die zu neiger erungschaft freigeschaltet der neue neue Quist was das gesperrt weil ich nicht gerne nach Hause zu holen es ist late hon your parents will be worried ich glaube nicht aber gut kann ja sein ich geh mal heim und frag sie Ops, das wollte ich nicht. Oh, kaputte Libyan. Oh, Moment, Entwirt von Mount Rushmore. Das Soko weg ist. Der Linken sieht nicht aus, ihr Linken. Oder sieht der Linken aus, ihr Linken? Ich weiß es nicht, egal, weiter geht's. Es ist dunkel geworden. Wo wohne ich eigentlich? Ich hab's vergessen. Wo nicht hier? Ah, ich wohne da, wo das For Sale-Schild noch davor steht. Das Souls, besser gesagt. Hier wohne ich. Ab nach Hause. Käsebällchen und Kuchenhappen können deine TP wieder auffüllen. Oh, Käsebällchen, Kuchenhappen. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Yes, sir. Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed and I'll be there to say goodnight. Hab ich ja dann, Tschüss, Mami. Your mother said, get to bed. Now do it before you get grounded. Böse. So. Wim ich jemals meine eigene Bude durch? Ja, doch, hab ich ganz am Anfang. Oh, es ist... Ist ja auch echt schon spät. Ist ja 1 Uhr. Ai, 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 ai. Und der Müllheim ist kaputt. Der Müllheim ist kaputt, habe ich gesagt. Warum sind denn hier noch überall Sachen, die ich nicht mitgenommen habe? Das Schlafzimmer meine Eltern nicht durchsucht. Was ist denn mit mir los? Eieieiei, aber welche Missstände? Das ist ja überall noch Geld. Und Kisten und... Ich muss erst hinterputzen, bevor ich ins Bett gehe. Und ich muss nochmal... Kaka! Und nochmal duschen gehen, bevor ich ins Bett gehe. Na 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 na, hey, du da dey. so jetzt bin ich fertig der ausgang ist woanders ist mir so da okay nach die nacht falsches zimmer tschuldigung wollte ich nicht nach die nacht so hallo blubberfig ups bleibt sie immer auf der gleichen stelle stehen na gut ist hier was drin könnte jetzt hier massenweise sachen einlagern aber ist halt jetzt auch nicht warum good night little man i hope you're as happy as we are everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town yes sir ha 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 what the hell ähm hallo oh hello hello Fremde Feinder leiden jede Runde Schaden und werden speziell verfundbar gegen... Dies geht. Genau. Ähm... I'm having a dream again. Okay. Dreaming. What's happening? Oh! Jesus! Jesus Christ! Oh! Can we try the big silver one again? Oh! 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 Nein! Nein! Ähm... What? Oh mein Gott. Was? Ist das dein erstes Mal probiert? Was? Ja, das ist ein Schmerz, aber... Das ist das, was du mit in einer remote kleinen Stadt leben möchtest. Zumindest müssen wir nicht mit dem Traffekt. Hey, du bist frei! Kind, du hast eine unglaubliche Kontrolle über deinen Scheiß! Mach mich auch los! Du kannst eine neu erworbene Alien-Sonde zum Teleportieren verwenden. Tippe Q an, bis das... Tool Alien-Sonde ausgewählt wird. Ja, sieh einer an! Guck mal, da oben ist so ein Ding. Alien-Sonde. Wow, schau an das! Du musst die Teil der Probe ausbrechen haben und jetzt kannst du es mit deinen Schmerzen zu kontrollieren. Sehr cool. Da kann ich mich hier irgendwo hin teleporten. Hier ist aber gerade nichts, wo ich mich hin teleporten könnte. Geh, wenn du mich frei brechen kannst, kann ich dir zeigen, wie du den Schmerzen auswählen kannst! Okay, ich komme da nicht rein. Aber... Ich kann mich rein teleportieren. Interessant! Und ich gehe direkt rein teleportieren. wieder raus teleportieren das macht ja spaß und die andere seite teleportieren da gibt es ein paar tränke die nehmen wir mal mit ok da komm ich halt auch nicht ran aber ich kann hier noch ein bisschen die sachen ausnehmen ja viel spaß noch ne ich geh dann tschüss bin ich hier in irgendeinem komischen raumschiff gefangen okay sie haben den alarm ausgelöst ich glaube sie haben mich entdeckt komm ich da nicht her nein das ist ein anderer da folgt böses bild ja ah hello is this recording if you are hearing this i've been taken hostage on some kind of alien ship the aliens did unspeakable things to my rectal cavity but i've broken free i'm so scared and alone i must find a way off this ship oh god they're coming why am i standing here making an audio lock i don't have time for this leave me alone stehe ok wir müssen hier irgendwie rauskommen das ding ist zerstört das ding ist zerstört die kann man auch so gut machen da kriegt man mich nicht mehr schipps ok Interessant. Gut. Gehen wir wieder. Mehr ist hier. Da sind immer noch die... die Bösen. Ich komme hier nicht durch. Echtes Kristallstück habe ich da hingesammelt. Da ist... da ist eine Sonde. Das könnte funktionieren, aber dann lande ich inmitten dieser... Verrückten. Ja, okay. Zack. Du kannst mir gar nichts, Freund. Mu, mu. Mu, mu, genau. Wie reagierst du denn zum Beispiel auf... seltsames... Mu, 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 mu? Mu, 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 mu. Mu. Können Aliens fluten? Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Es sind nur zwei. Da haben wir das abgehauen.